Hast du doch jemals gesehen, dass es da Müllkübel zum Umschmissen gibt? Ja, aber die ist noch nicht immer in der Tür. Da ist noch eine Tür. Ah ja, merke ich immer die Story vorlesen. Das geilste war einfach vor, bei mir in Silence, wo der Kühne so Ah bonjour und der Leblatt schreit ab und der Kühne ja, wer webt, verliert. Ja, aber ich hab mal gehört, wie er in den Busch geguckt ist und so und ich denk mir nur, wie kann man so Beine dran ziehen? Ich hab nur gehört, wer webt verliert, der ist so gut. Ja, so ist es. Bei mir draußen ist gerade das perfekte Gruselwetter, sag ich euch, wie es ist. Ja, komm, wie in der Ghetto. Öh, Pech. 4. April Die Aufnahme unserer neuesten Patientin heute Morgen war problematisch. Ich hab schon sehr... Miss Molly Jackson wollte nicht kooperieren und musste sediert werden. Ja, da ist jemand zuerst der Krankenhaus-Schlüssel finden, sonst kommt man drauf. Möchten wir die Story nicht wissen? Das ist ein Rollstuhlfahrer. Ja. Ich hab schon mehr Informationen wie euch, da ist gestanden, wie ich das Spiel gewinne. Servus. Ja, aber schon da haben drei Drähtle schon. Ah ja. Gott, ich hab den Schlüssel schon? Ja, ich hab den Schlüssel schon. I'm coming. Teil verschießen! Mit C kann man in den Tag kicken. Monster kann man sich nicht auch irgendwie verstecken oder so. Ich hab das letzte Mal auch mich durch den Dresen erschossen. Ja, das haben wir nicht schon gehört. Ich hab das Lader gehört. Was? Ich hab den ersten Tür links hingehen, ja. Schau. Da hinten. Da geht's zum Raum. Opa. Da kommt ein Ratter-Rotter schon. Da geht's runter. Ja, die geht's und zwar alle beim Kamin sammeln. Da ist noch der elektrische Stuhl da unten. Da müssen wir noch die alten... Da drüben die Übersicherung herwerfen. Ja, genau. Da müssen wir die alten noch verbrutzeln. Und da hinten müssen wir die Sierra unten rein tun. Einen tue ich jetzt schon mal rein, aber ich drehe den Schlüssel nicht mehr. Was, so du bist es. Die bewegt ihre Hand. Dann müssen wir noch den in den Hebel umlegen, aber noch nicht tun. Ja, dann leg den nochmal eine Sicherung und legst alle dort an. Genau. Da hast du noch eine Batterie... ...hin gedrückt. Dann leg da nochmal eine Sicherung. Genau, aber der Jonas schon da. Einfach runter an. Ich lege den. Jetzt haben wir eins, zwei, drei, vier... ...und wann ist denn noch fünf? Genau. Und der Rest haben wir einfach alles vom Kamin sammeln. Ist so der Spot. Der Spot der Spot. Ist die schon aktiv eigentlich? Oder müssen wir die auch wieder irgendwie... Dann haben. Erst wenn wir sie grillen oder auf dem Stuhl. Ach so. Okay. Ich hab gemeint. Das ist quasi wie die Kirchhofstelle. Ja. Und zum Kamin hauen wir auch die ganzen Teller für Draht da rein. Okay. Und die Teller findest ziemlich gut, weil du hörst immer so Fliegengeräusche. Ah, okay. Da sind wir. Was muss man da sammeln? Ah, so Fetzen. Und die Schlüssel müssen wir noch finden, gell? Ja. Ja, die spawnen erst noch, wenn wir die alte... Dann gehen wir mal rauf. Boah, aber das ist schon groß, nicht? Die Räume finden. Ja, nein. Es ist nicht so groß. Ja, doch. Die Räume und so sind schon... Ja, ja. Aber es ist jetzt nicht so groß wie die Stadt oder so. Ein Vorbeilauf. Ah. Wir haben... Und da kommen denn so Rollstuhlfahrer. Die sind relativ langsam. Die sind schon verbrutzeln. Da habe ich noch ein Ding. Da sind zwei Teller und ein Ding. Ist da jemand bei mir in der Nähe? Ja, der Oberstlopfer kam. Wirklich? Ja. Irgendwer ist da unten. Komina? Laufina? Ja, genau. Hallo? Oben? Offe? Offe? Laufina? Ja. Das Fenster kurz. Hallo? Hoppala. Ich laufe jetzt selber schnell. Den Werk mal wieder finden. Aber dann hat es gerade so los, oder? Ja, ja. Voll. Verstehen wir ihn? Ja. Perfekt. Perfektes Zockerwärter für Horrorgames. Perfekte Horrorgames für Horrorgames. Ja, Teller haben wir erst sieben, gell? Teller sind da oben, zwei Stück. Auf dem Grundgang. Beide? Ja, habe ich auch. Ja. Habe ich auch schon acht Pferzen dahin. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Teller liegen da schon. Ja. Ah, da ist immer noch alles abgesperrt da. Ich höre dann irgendwann Teller. Ja. Ja, es kann sein, dass er in einem verschlossenen Raum drin ist. Ja, höre ich vielleicht die Teller vom... Ah, die sind einfach vom Kamin, glaube ich, und die hörst du halt von oben. Ja, sicher ein Teller finden wir, wenn wir sie grillen. Wie viel Sicherung haben wir schon? Hast du denn die überste zwei angelegt? Ich sehe sie, dass ich... Da liegen schon ein paar dort, ja. Ah, die zwei Teller hast du schon mitgenommen. Ja, acht Teller haben wir. Ich glaube, da war es so, dass Teller teilweise verschlossen waren in den Räumen. Sieben Sicherungen haben wir. Ja, da gannen noch so viele Räume auf, weißt du? Ja, aber das müssen wir am Anfang erledigen. Nachdem wir sie grillt haben. Ja. Da müssen wir aber die Schlüssel suchen, bevor wir die erste Ratte verbrennen. Oh, da ist schon wieder so ein Fetz. Kannst du grillen? Ich möchte auch anschauen. Ja, das hast du. Ich bin ready. Zünde auch. Ja, ich bin da. Also, sorry. So behandelt man also Patienten in einer Psychoanstalt, oder wie? Und jetzt können wir gleich immer schon eine Sicherung rein tun. Ja. Dass wir deine Ratte gleich grillen können. Oh, der Hunde ist eh hell. Da habe ich ja gar keine Angst mehr. Haha. So, dann können wir jetzt Ratte suchen. Kann ich mich da auch drauflegen? Ja, dann können wir zuerst Schlüssel suchen, die restlichen Teller und Sicherungen. Ja, wir können ja auch Ratte schon auflegen auf den Stuhl, weißt du? Ja, ja, auflegen schon, ja. Nur die erste dürfen wir nicht gleich grillen. Achso, aber das hast du, wir brüchten ja eigentlich elf Sicherungen, oder? Weil die erste ist für sie und dann zehn Rad. Ja, ja. Aber da sind so viele rum. Okay. Wir können mal so einen Tipp, wenn der Batterie in der Hand hat. Mhm. Wir lassen zuerst quasi das ausgehen. Dass er nachher null Akku hat. Den auffüllen, dann hat er wieder der volle Akku plus und das zusetzt. Okay? Achso. Aha. Ja. Da gibt's immer nur das, um drüber zu laden. Ist ja nicht nur ein gewisser Ding. Oh! Weg mich da am Haus. So? Ah, da ist eine Tür noch zur gewesen. Ich bin gerade in die Hand gelaufen. Da ist die... Oh! Da ist ein Rollstuhlfahrer. Festliches Wohnheim. Da sind noch ein paar Medikids. Ah, da ist noch eine Sicherung. Bölsack. Ah, ich hab noch zwei Teller gefunden. Wir waren noch einen Teller gefunden. Das ist ein Schnicks. Oh, ich hab schon die erste Ratte. Genau. Und ich hab noch mal die anderen fünf freilassen. Also ich hau jetzt mal eine Ratte auf den Stuhl da will. Ja, aber die grill ich halt noch nicht. Und die sind schon irgendwelche Türen aufgesperrt? Nein. Oh, da habe ich schon eine Ratte. Ja, aber ich hab leider nichts zum Tellern dabei. Okay, eine Sicherung habe ich auch nicht. Ja, aber... Ich habe auch gerade eine Sicherung, die ich jetzt... ...druck bringe, wenn ich den Weg finde. Ah ja, da. Okay, der erste Ratte ist auf dem Ding drüber. Fast. Wie wirklich so angedacht, dass man zuerst so alt hortet und dann... Das glaube ich... Ja, weiß ich nicht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun... Ohrsicherung fehlt uns noch. Hab ich ja, hab ich. Okay. Ich hätte jetzt wohnt der Ratte. Ich glaube, wir spielen das einfach falsch. Das ist nochmal so ein Gameplay von anderen, von so YouTube oder so. Ich nehme jetzt mal so ein Teller mit. Ich habe vor der Ratte gesehen. Sollen wir die mal grillen jetzt da unten? Ey, warten wir warten. Hast du die Ratte vom Klo mitgenommen? Hey, vom Klo? Ja, auf dem Klo war er nicht da oben. Ah, okay. Da war nämlich... Da habe ich schon geschaut. Oder war auch ein Ratte irgendwo. Wir haben uns krankend sind massiert, gell. Wir haben Bescheid gegeben. Ich habe den Schlüssel. Hä? Hast du jetzt die erste Grillte, du? Ich nicht da. Das war der Lebe, glaube ich. Das war ich, ja. Ah, sie ist da unten. Ich sehe sie gerade. Ja gut, eins macht noch nichts. Sonst ist noch nicht schlimm. Ich sehe sie da unten. Keine Ahnung, was jetzt auch nicht läuft. Vielleicht doof war? Ah, ein östliches Wohnzimmer schlüssel ist jetzt so. Ah, fuck. Ah, fuck. Du bist ein bisschen reiz entgegengerannt. Ich wollte vorbeirennen. Ich habe gedacht, wenn es jetzt bleiben, das tut es. Never mind. Da ist auch noch eine Ratte da oben. Ja, da liegt ein Teller jetzt oben. Da liegen ein Haufen Teller und Zierungen oben in dem Zimmer. Oh Gott, sie ist oben bei mir. Hast du da aufgesperrt oder wie? Da ist eine Medikette am Boden. Achso. Aber sie ist da hinten drin im Raum. Ja, da bin ich auch drin. Da hat sie wieder. Nein! Nein! Ja, ich hätte einmal eine Ratte und ich schaue auf dem Stuhl. Soll ich grillen? Ja, in der Ampel. Nein, da ist auch eine Ratte, die rennt jetzt schon zu einem Teller hin. Achtung, Kuni, die wird sehr aggressiv. Ja. Aber da ist eine Ratte jetzt gerade zum Teller gelaufen. Schnapp dir schon. Schnapp dir schon. Wenn sie... Renn weg. Renn weg. Hopse. Ah fuck, ich bin jetzt ein Idiot. Gedruckt. Die Kutter, glaube ich, auch grenzt. Du musst sie blinden, wenn sie zu dir kommt. Kuni. Nein. Nein. Ich weiß nicht, wenn... Nein, da ist nochmal eine Ratte. Die ist, wenn man anders nachgerennt irgendwo. So ein Krankzimmer-Schlüssel hat denn jemand? Ja, habe ich. Mit der Schweine zu, ey. Oh, keine Ahnung, wo über... Oh, sie rennt runter zum Stuhl. Nein. Ach immer. Ich glaube, sie dreht mich ins... ...irgendwo auch nicht. Habe ich noch einen Ratte in der Hand, da ja. Da kann ich... Ah, ok. Nein! Ah nein, ich habe noch einen in der Hand gelaufen. Da habe ich auch einen rauf. Da kannst du gleich... Ja, ich habe noch eine Sicherung rein, dann komme ich rauf. Achtung, hinter dir, hinter dir! Boah, Steinlack! Boah! Ist ja dein Lebensziel, oder? Oh, shit. Total, jeder rennt weg. Keiner flasht da im Team mehr. Das ist echt nass. Weiß, kommt sie schon wieder? Ja, genau! Nein, jetzt hat sie rot, der auch okay. Fuck! Oh, jetzt weiß, ist Krankheitsinn. Ja, okay, dann halte ich. Ja, das war irgendwie, wenn du hinterher läufst auf der Rachter-Sitter. Ah, ich glaube, ich habe es. Ja, oben. Der war da oben oben gekrabbelt. Krabbelst du zufällig auf eine Medikin? Ah, da liegt dann. Ah, okay. Ich komme gerade. Ich habe einen Ranz. Nein, ich habe ihn schon probiert. Sehr gut, von hinten! Ah! Oh, Jesus. Ah, entschuldigung. Oh, da ist ein Rollstuhlfahrer. Das habe ich auch nicht gesehen. Aber es ist wie die Turnte. Ich nehme nochmal einen Teller mit für die nächste Ratz. Für die nächste Ratz. Oh, da ist auch noch einer. Ratz? Speisekammer-Schlüssel-Wattnehmer. Nein. Also es liegt aktuell kein Ratz da auf dem Ding, gell? Ja, ich habe auch nicht. Schau da. Ja. Die wirft dann nochmal einen Teller vor den Kamin. Ich habe nämlich gerade nochmal einen gefunden. Und gleich nochmal eine neue Sierung, gell? Ich glaube, sie ist angry. Warte? Ja, was? Bip? Bop! 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 Mp! 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 Tomp! Ehh! Ehh! Was dafür hat . . . ein Speisekammer-Schlüssel? Hast du das Krankenzimmer aufgemacht? Ich glaube schon, aber man schaßt ja noch nicht, ob es das war. Oh, da kommt sie. Komm, 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 jawohl. Pass auf, sie ist da unten irgendwo. Ah, sie rennt dir nach irgendwem anders noch. Oh fuck. Weil die ihr jetzt nicht leiten könnt. Du hast ein guter Auge auf dem Ganzen. Er hat's ja auch nicht, okay? Speisekammer-Schlüssel hat der so einer von euch gut gesammelt. Kann jemand mal nachschauen auf K? Ah, eine Zelle habe ich. Ah, das ist im unteren Stock. Der kann ich hier mal schnell. Braucht man eine Sicherung? Na. Die Bane verschleppt die mir bitte. Ich gehe mal in den unteren Stock, in die Zellen da. Irgendwann sollte der Fabi, glaube ich, noch hin. Ja, ich kann sonst kommen. Das ist so ein Rollstuhlfahrer, der hängt voll in den Schrägen drin. Ach so, du bist der Hund bei mir, Fabi, oder? Ich weiß es gar nicht. Ja, ja. Ja, ja. So, der Rollstuhlfahrer hängt voll im Eck drin, oder? Ja, da ist eine Ratte. Oha, da kommt der Nächste. Ich nehme die Ratte in die Gange, glaube ich. Oder nein. Lebe, kannst du die Ratte nehmen? Okay. Okay. Ist der Hund ohne Ratte? Ich habe noch ein Tell. Oh. Da war ein Rollstuhlfahrer in unserem Keller. Ja, aber die sind noch nicht immer in der Gange. Oha. Oh. Da ist noch eine Tür. Oh, die ist im Leben noch. Oh, da ist eine Ratte. Da ist eine. Oder Fabi. Und jetzt hat sie mich gepackt. Ja. Ah, sie ist unten vorm Kamin und läuft jetzt rauf. Gang gleich. Ich läuft wieder rauf. Haben Sie die Ratte brutzelt? Ja. Okay. Wer liegt? Fabi? Ich, Holden. Nein, ich liege vorm Kamin. Ich hoffe, wir haben jetzt einen Rollstuhlfahrer, den wir zuerst wegputzen. Da ist noch mal eine Ratte. Ja, ja. Ich habe keinen Teller. Wo? Ich habe keinen Teller. Ich gehe gleich runter. Ich bringe einen Teller mit. Da liegen voll viele Teller um eine Hand. Ja, ich gehe die Ratte schnell holen. Jetzt Finn. Da. Hans, watch. Das ist hier großartig. Soll ich die Ratte gleich abzünden? Ja, ja. Ja, sicher. Oh, sie ist da oben. Sie ist gerade im obersten Stock. Ich gehe mal wieder runter, wird es da. Ich komme gleich mit der nächsten Ratte. Also, du bitte gleich eine Zero-Mini. Und jetzt wird es gleich zu mir. Bitte nicht zu mir. Mei, ich höre eine Ratte irgendwo. Ja. Ich höre doch da noch irgendwo eine Ratte. Ja. Die kann noch in so einem Mülleimer. Ich habe die gar nicht gehört. Um Gottes Willen. Ich bin oben. Sie ist auch irgendwo ganz oben. Nebst dort, wo es explodiert ist. Kannst du runter. Kannst du runter krabbeln? Ja, ja. Krabbeln runter. Ja. Ich habe sie gar nicht gehört. Es ist einfach zu mal, dass sie mich von hinten umarmt. Ja. Bleibst du da? Oh ja. Ich habe die Atelle irgendwo fallen lassen. Ich gucke gerade auf dem oberen Stock. Ich bin sauer. Oh, da ist noch ein Medikit. Nimm es gerade mal mit. Ja. Du hast gleich zum Kaminhosen. Da ist noch ein S-Fu-Schüsse. Ich bin kein Rat. Oh! Oh, fuck! Oh, fuck! Oh, fuck! Die rennt gerade irgendwer mal anders noch. Ah, die Rollstuhlfahrer heben auch einen fest. Ja. Ja. Das tut dir einer dem anderen oben am Boden liegen. Bin ich da unten? Bist du da unten? Ja. Ja, da unten. Schau, dass ich zu dir auch bekomme. Nein, nein. Ich bin schon unterwegs. Hey, find kein Rat mehr. Ist sie denn da? Äh... Oh, ja. Fuck! Weg! Wie ihr seht, ich muss nur schneller sein wie ihr. Meinst du einfach... Okay, ich habe eine Ratte gefunden. Ah, da ist schon einer. Wo ich gerade stand, ist schon einer. Aber das ist vom Teller. Wo bist du? Wo bist du? Ah, da. Achso, ist jetzt das gleiche. Ja, ja. Sie läuft gerade langsam zum Teller. Ja. Mach neu da! Du hättest ja auch den Teller näher herstellen können. Ich gehe schnell mit dir mit. Dann kann ich die verteidigen. Fast volle Lampe. Ja. Ah, wo bist du? Ah, da. Irgendwo. Guck mal in diese Richtung. Ja. Ja. Ja, sie rennt gerade runter, oder? Ja, sie ist noch da. Ja komm wieder runter, ich habe ein Medipack dabei. Sonst. Ja. Die Pose wird gerade elektrisiert. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ich muss da nicht hin. Ja, ich komme zu den Medipack. Ja. Ich warte da. Ja. 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 Ja, da sind zu viele. Ich bin gerade auf 10 von 3. Hä? Oh! Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Oh, ich habe auch keine Ahnung kommen. Oh. Oh. Wir müssen einfach rennen. Oh. Du bist alle. Achso. Warte, ich mache den Rollstuhlfahrer hinter dir gleich. Haben die ja die Ratte gefunden? Oh, ich habe... Nein, er hält mich fest und ich habe leeres Ding. Meine Taschenlappe ist leer. Ah, fuck. Ah, fuck. Das ist nett. Medi-Kindel, Medi-Kindel. Sie hat es hier drin. Ich sehe, Fabi, dass es D3 ist. Aha. Ist einfach ein Formel... Versuch, hinter dir kurz einen Rollstuhlfahrer. Ich kriege es zum Kamin. Ja. Ich habe schon Medipack. Ich habe schon Medipack. Da, 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 da. Wir nehmen jetzt Batterien auf. Da habe ich noch eine Batterie am Boden. Du hast mich gehalten und ich bin direkt wieder tot. Komm, wir müssen jetzt die letzte Ratte finden. Und ich habe es noch nicht mehr. Wer auf Schwier wäre denn locker gegangen? Ich habe noch einen Teller mehr. Ah, was? Ich habe einen Teller, aber ich brauche eine Ratte. Leb, ich kann dich hin. Ich habe noch einen Teller gefunden. Oh, fuck. Nein, Leb, ich finde dich nicht. Ich sehe dich nicht. Ich kriege jetzt Kratzer. Schau mal, ob ich noch... Schau mal, ob ich noch irgendwo eine Ratte höre. Ich gehe den Leb holen. Aber es bringt nichts. Ich gehe so gleich wieder drauf. Ja, genau. Ja, mit so einer Einstellung garantiert. Oh, fuck. Da ist ein Loch im Boden. Warte, ist der Medikit noch? Pfff. Mah, come on. Wie schnell. Sie nimmt mich mit. Äh, keine Ahnung. War nicht. Warum haben wir das Platz nicht für den letzten Gegenstand? Ja, genau. Ach so, da ist wieder einer da unten. Warte mal. Scheisse. Wie war es, haben wir die neunte schon verbrannt? Über dir da oben. Ja. Und Stockhütte da oben ist die Medikit. Die Krabbelhoffe. Ja. Ah ja, weiß ich. Wo ist die letzte Ratte? Kann die nach unten sie vielleicht? Ah, unter ist sie glaube ich nicht. Und da haben wir aber keine mitgenommen. Oder da vorne vielleicht. Ich habe da oben eine Medikit. So, da habe ich unten mitgenommen und da vorne ist die Treppe. Oh, sie rennt da vorne, gell? Ah! Ah, schon wieder. Die nächste wieder du, oder? Da bringe ich mir meine 7% Sprint auch nix, wenn du schon weg bist. Ah, sie ist bei mir. Sie ist oben. Ich komme nicht vorbei. Nein, sie ist elektriziert. Du musst springen runter oder so. Ja, wir sind jetzt nur noch am healen, aber wir finden keine Medipacks. Äh, keine Ratten mehr. Ja, es liegen auch keine Medipacks mehr rum. Ah! Ja, du kommst genau rauf. Nein. Oh, da liegt ein Medipack. Genau auf mir. Ja. Das ist das, was der Wibi fallen lässt. Bist du da oben, oder? Nein, man hat mich schon. Ja. Aber der Wibi ist da unten. Ja. Und ich habe das Gefühl, dass ich jetzt gleich rauf kann. Ich fühle, dass wir bald alle rauf können. Ah, ja, bei Medikap. Ich bin beim Kamin. Ja, aber da ist kein Medikap beim Kamin. Ich möchte mich nur noch wissen, wo du bist. Boah. Verfolgt die gerade werden, wo sie starrt auf irgendwem Drogen. Jetzt läuft sie im mittleren Stockhabe. Ja, sie ist auf. Sie wäre ganz oben und bei mir ist sie ein Medikit. Die Raze, das gibt es gar nicht. Die kannst du am Schluss gar nicht rechtsklicken, oder? Nein, ich glaube nicht. Ja genau, Medikit nicht. Also du hast schon eins, oder? Ich habe schon eins, oder? So, die letzte Rate, wo wir jetzt noch? Schon die letzten 5 Minuten. Sie Raze gerade zu dem, wo daunt ist. Sie Raze im mittleren Stock. Nein, nicht im mittleren Stock. Fuck! Fuck! Sie ist mit einem Ruto Run unterwegs. Aber ich hätte sie blenden können. Also sie ist zwar nicht ganz ausgegangen, aber ich hätte sie blenden können. Ich wäre, ich hätte die Krüche sogar zu einem Medipack zu holen. Wo bist du? Mittleren Stock. In irgendeinem Zimmer, genau von einem Medipack. Mir steht dort ein Rollstuhlfahrer. Und ein anderer, der daunt ist. Und sie. Ja, sie ist im Kamin jetzt aktuell. Ja. Und rennt. In den grossen Raum. Nein, sie rennt mittleren Stock. Nein! Darauf bin gerade ich. Ja, ganz offen ist sie jetzt. Okay, dann kann ich schnell zum Bibi. Jetzt ist sie wieder mittleren Stock. Nein, ich bin verraschend. Jetzt wieder ganz offen. Ja. Ganz offen. Jetzt läuft sie wieder mittleren Stock. Jetzt ist sie, jetzt ist sie Erdgeschoss. Und jetzt geht sie in den Keller. Jetzt kommt sie wieder hoch. Jetzt kommt sie wieder hoch. Jetzt geht sie mittleren Stock. Ja, das ist besonders. Das ist der einzige, der läuft. Sie ist mittleren Stock. Sie ist Erdgeschoss. Mittleren Stock. Hat die eine Medipack oder noch? Nein, bei uns liegt nichts. Wir haben keine Medipack. Schont, ob wir die Ratten noch finden. Ist egal. Oh, Bibi. Sie kommt zu dir. Sie kommt zu dir runter. Okay, jetzt ist er doch nicht. Auf Erdgeschoss. Mittleren Stock. Mittleren Stock sind eine Medipack. Okay, ja. Boah! I'm coming. Sind eine Medipack. Mehrere. Ich weiß das nicht. Sie kommt runter. Sie ist in den Keller runtergerannt. Aber sie hat irgendwann im Arm. Dreh dich um, Bibi. Bibi, drei um. Nein. Oh fuck! Und du kriegst nicht runter. Achso. Ich hab gedacht, der unten ist noch ein Medikit. Sie kommt? Vielleicht kann ich sie blockieren in der Tür. Soll ich nur noch bleiben oder rauf gekommen? Ja, schon ob unten vielleicht noch ein Rad ist. Oh, ähm. Im mittleren Stock. Oh Gott, jetzt will ich. Ah, da wäre gerade noch ein Medipack gewesen. Wo? Ja, das bringt nichts. Weil wir nicht wissen, wo die scheiss Ratte ist. Ah ja, hier wurden eine Medikit gefunden. Ja, wir sind uns nur noch am Beleben. Die ganze Küche jetzt auch noch schnell zu einem. Ich schau mal, ob beim... beim Ratten... ...elektrischen Stuhl noch irgendwas ist. Ja, nein. Komm zu dir. Komm zu dir. Bleib da. Bleib da. Vermutlich liegt die letzte Ratte. Da unten sind zwei Medikits. Okay. Pass, sie kommen runter. Oh, die... Ich liege oben am Medikit. Ah ja, da ist ein Medikit. Oh, der ist schon... Mach oben. So, du noch. Ja, wir wieder beleben einen und sie schnallt der Hand. Hä, wer ist der Dunger? Ja, 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 ja. Ich gehe gleich runter. Er liegt da so komisch ums Eck. Da komme ich gar nicht rum. Ich liege direkt vorne. Okay. Und in dem Nebenraum ist auch noch eins. Und in dem Nebenraum ist auch noch eins. Drei mitnehmen. Nice. Nächste, wo down geht, ist schon garantiert. Da unten sind da noch zwei Batterien und nochmal ein Medipack im Keller. Ja. Also da, wo man die Leute auch nicht brutzelt. Ja, easy. Jetzt sind wir alle wieder da, oder? Nein, ich liege. Aber ich bin bei einem Medipack. Ich komme runter zu dir. Ich hoffe, ich schaffe es. Ich erase einfach mal. Warte, die... Die ist nicht der Dung, oder? Der Rollstuhl. Ja, aber nicht der. Aber der Vivi ist doch der Hund, oder? Baaah! Geben noch einen Schlüssel. Speisekammer. Oh Gott, ja, dort ist sie garantiert. Ja. Da sollte man nur wissen, wo das ist. Okay, leben. Okay, reviven. Ich bin bei einem Medipack, wenn ich mich der Kühne holen muss. Weiss ich gerade nichts. Ich rufe jetzt gerade so einem Medipack gar nicht. Ja. Ich komme da im mittleren Stock, wie auch immer das ist. Oh, da sind so viele Rollstuhlfahrer. Mann, nein, komm, hebe mich nicht fest. Den kann ich leider nicht holen. Ja, ja. Mich hat da ein Rollstuhlfahrer geholt. Okay, wo ist die Speisekammer? Ich weiss das nicht. Speisekammer ist im grossen Raum, glaube ich. Ich liege auf dem Medipack. Sie gut, sie gut zu euch rum. Ah! Fuck. Ich bin wichtig, ich habe den Schlüssel. Ja, Fabian hat den Schlüssel. Was für ein Schlüssel? Nein. Ja, Speisekammer. Ja, Speisekammer. Oh Gott, ich suche einen Medipack. Ich bin auf einem Medipack im grossen Raum. Ich habe, wann es dabei geht. Speisekammer ist auch da bei mir. Am Ende von dem Gang. Ja, da wo der König liegt. Ja, da wo ich liegt. Ja, da am Ende vom Gang. Okay, warte. Dann revive mich, gell? Nein! Hast du jetzt ernst reviviert? Ja, ich war schon fertig. Nein! Ich denke ein bisschen nach. Ich habe den Schlüssel. Ja, fuck. Ah, Mann ey. Ne, hast du ein Medipack irgendwo? Nein, ich suche uns. Okay. Okay. Unten im Keller ist ein Medipack. Ja, jetzt hat sie mich erwischt. Da wo ich gelegen bin. Da ist schon ein Medikit. Wie wie? Wie wie? Ja, ja. Warte, komm, komm. Wo ist da ein Medikit? Ich sehe sie durch die Wand durch. Da, noch am Deck. Nein, da den ist es. Ich habe es, ich habe es. Ah, hast du es? Okay. Okay, ich bleibe hinter. Jetzt führe mich gleich zum Ding. Ich def euch. Ja, da, du bist schon richtig. Komm da mit, komm da mit. Okay. Ja, da, da ist jetzt Speisekammer. Hast du einen Teller dabei? Ja, da hinten ist einer gelegen. Okay. Aber. Oh, Medikit. Ah, da ist eine Ratte. Da ist eine Ratte. Schnell reinwerfen. Da, da, da. Beim Müllcontainer. Äh, Akku. Okay, ich habe sie. Akku da. Nein, ich habe gerade die Falle da. Echt jetzt. Da, Ränze, da, Ränze. Oh, fuck. Scheissdreck. Die Bibi, ich muss mich schuhe, ich bin zugeheuern. Da ist noch, da ist noch ein Teller. Ich habe einen Teller. Warte mal. Er hauptaut Scheisse. Ich glaube es nicht. Da, 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 da. Da, da liegt. Da ist sie. Komm, 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 komm. Schneller, schneller, schneller. Okay, nimm du das Medipack mit. Hab ich schon, hab ich schon. Ich gehe jetzt auf zu dem, was da liegt. Na, na, du musst mich. Achso, ja. Na, Mann, fertig. Ja, ja, gang du fertig machen. Gang du fertig. Das liegt oben im Medipack. Ja, ich habe sie gerade gelandet. Oh. Hast du mich gerade einen Erfolg gekriegt? Ich habe sie gerade gelandet. Ich habe sie gerade gelandet. Oh, fuck. Hä? Hä? Na. Was? Es hat nicht geholfen. Hab sie. Hä? Jetzt wollte mich doch jemand healen, oder? Ja, ich habe sie auch fertig gehielt. Und dann ist sie mir in meinen Arsch hingrochen. Oh, Mann, ey. Oh, Mann, ey. Also, dann siegen wir definitiv nicht einen Vivi. Super, danke. Ja, du darfst nicht mehr sagen, da liegt eine Batterie, weil das nehme ich auf. Achso, jetzt hast du gerade gefallen, Logan. Ja, ja, da. Oh, warte, ey. So batteriegierig. Unglaublich, ey. Ja, aber das hat mir das Leben gerätet, weil die, die Regner hätten mich jetzt überrennt, sonst noch am Schluss. Ich hätte jetzt erstmal auf schwer locker geschaut. Ja, genau. Locker. Locker, ja. Ja, da ist eben mir. Locker. if